Clowns zu Besuch im Dreieicher Pflegeheim. In erster Linie sorgten die Clown-Doktoren mit Musik und roten Nasen für gute Stimmung bei den demenzkranken Bewohnern im Haus Dietrichsrot. Die Profis bespaßten zum ersten Mal überhaupt Pflegeheimbewohner im Kreis Offenbach. Üblicherweise heitern sie Kinder in Kliniken auf. Doch warum besuchen die Clowns heute Demenzkranke? Man kann zum Clown emotional immer Kontakt aufnehmen und das ist halt für Menschen mit Demenz besonders gut, weil vielleicht manches kognitiv nicht mehr funktioniert, aber die Emotionen funktionieren. Und dadurch kann das Gedächtnis wieder angeregt werden, es kann zu guter Stimmung kommen. Doch im Mittelpunkt stand an diesem Tag ausnahmsweise nicht die Krankheit, sondern ganz bewusst der Spaß. Jetzt muss ich mich mal kurz aufräumen und sortieren. Im Grunde ist der Sinn, der Leute aufzulockern und ihnen ein Lachen zu schenken. Dann würde ich ihnen jetzt noch kurz die Hand schütteln. Ja, 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 ja. Einen Handkuss geben und dann würde ich mir einfach meinen Hut wieder aufsetzen. Ja, das ist ja schön. Die Humorebene, die ist dann schon viel offener bei alten Menschen. Da denkt man nicht erst drüber nach, bevor man geht. Sichtlich Freude hatten die 13 Senioren von rund 70 Bewohnern im Pflegeheim mit dem Diplom-Clown und der ehemaligen Orchesterspielerin. Auf die Beine gestellt hat die Aktion die Bürgerhilfe, die in der Offenbach-Post um Spender geworden hat. Und der Spaß soll natürlich weitergehen. Wir hoffen, dass wir durch weitere Spenden in der OP einmal im Monat die Clown-Doktoren hier kommen lassen können. Und so können sich die Senioren vielleicht schon auf das nächste Mal schauen.